Die Drei sich raus! Ja, ja. Ah, groß, danke. Groß, danke. Wir haben uns aber die Stärkenpult. Ich will mich nicht unterhalten. Pulti, Aldi ist da statt. Aha. Das ist der 1. Ulvi? Danke. Ulvi? Arbeitmaß ist wahr. Was heißt das? Willst du ihn? Das kann ich nicht mehr sagen. Das kann ich nicht mehr sagen. Dann hab ich später noch mal. Also jetzt sind wir über Transponderschleife gefahren. Laut unserem DNA-Test bist du, dass der Teddy Duran sei. Tritt das? Okay, aha. 99,9. Ich sag, wer das Ding funktioniert? Nein. Anfängt. Achtung, Parallelaber, wir sperren dann bitte ab sofort Ein- und Ausfahrt zur Rennbahn. Alle Personen in der SPD in die Siegerhals. Achtung, Streckenposten bitte, Siegerhalszeichen. Alle Hände sind oben, wir können sich eines fahren und wir fahren. D taschen Lori wieder Telefon haben, wir können ihn nicht weg Gas geben. Oh man, ich ruhe, wir sind einmal an. traumatisch. ... ... Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.